Wir sind weiter im Pal. Der schwarze Dingster Boomster. Wir sollen jetzt, ähm... Mein Archiv. Ich kann immer mit ihm konsultieren, wenn es notwendig ist. Ähm... Ein neues Suspekt. Aber dieser hat sich nicht zu sprechen. Dieser Fall ist mehr interessant, als ich erst erwähnt habe. Warte, warte. Wir müssen hier untersuchen, um einen Mord. Johnny scheint keine Wöhnliche Einpräschung zu sehen. Wir haben uns dann... versuchte zu verheimlichen. Also müssen wir irgendwas, ähm... Ähm... Dingster. Ein Fremder, den der Polizei frem... So. Sollen wir noch weiter mit ihm reden? Achso, ähm... Stimmt ja, die Chemikalien, und die Chemikalien sind da hinten. So. Ähm... Ich muss einen chemischen Agenten vorbereiten, der sich ausfügt, und der sich ausfügt, der sich ausfügt, der sich ausfügt, der sich ausfügt, in eine bestimmte Weise, um eine Reaktion zu machen. Aber das ist jetzt schon... First condition, all seven reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks... First condition, all seven reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. First condition, second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. First condition, all second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Also muss die blaue zuerst. Gut, macht nicht Kabum. Jetzt view of... Coran geme. Ehmm... First condition, second condition. Orange reagent should be the third condition. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Ok. Okay. Ein paar Pröse. Und wie ist das jetzt gemacht? Muss ich das also nochmal machen? Blau-Orasch. Achso, aber das erste stimmt schonmal. So. Grün. Warte. Okay. Blau. Orange. Orange. Die Farblose. Boah, ich schreibe es, glaube ich, wirklich gebraucht. Es ist sicherer. Ähm, hier. So. So. Allerdings der Kalender. Auch dann kommt man nach Scheiß drauf. Mach ich hier rein. Ähm. Grün. Grün. Blau. Orange. Farblose. Ähm. Weißt du was? Ne. Ne. Dann noch mit die Orange, ne, hä? 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 jetzt irgendeins rein. Guck, ob der ein Philomel-Logo ist. Wenn nein, dann ist das extrem fies. Ihhh, nein. Wir räuchten nicht. Das ist doch Nies. Äh. Blau. Jetzt sagt er ein. Farblose. Böse. Okay. Hey, das ist doch böse. Blau. Orange. Ablose, das ist doof, genau. Egal, gucken. Vielleicht finden ja die Lösung trotzdem. Ich sollte natürlich alles aufschreiben, was ich mache. Blau Orange, dies, das, dos. Jetzt habe ich... Blau. Atmel. Blau. Orange farblose. Orange farblose. Grün. Sag ich jetzt mal, ähm... No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist extrem schwer. Oder ich bin zu dumm, um das zu verstehen, kann auch sein. Aber das könnte sich... Jeder könnte als erstes trank kommen. Farblose. Ah, ich bin doch so ein Mongol. Warum mache ich es so schwer? So. Orange. 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 Farblose. Blau. Blau. Grün. Grün kann schon mal nicht gehen. Ah, theoretisch schon. Ähm, was habe ich farblose? Äh, 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 nein. Blau. Blau. Orange. Grün. Grün. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Hoh! Hm, warte mal. Ich hab, glaub ich, ne kleine Ahnung. So. Farblose. Äh. Blau. Warte mal. Achso, okay. Ähm. Orange, Farblose. Dann. Farblose. Farblose. Wahrscheinlich. Dann. Grün. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Drei grün. Falsch. So, jetzt wissen wir aber schon mal. Okay. Farblose. Ach, ich glaube, nach Dünnstern, höchst du noch frei. Äh, ja. Äh, ja. Bisschen. All was anderes. So. Blau. Orange. Orange. Grün war's nicht. Äh, lock. Orange. Blau oder grün? Wahrscheinlich. Ich, ich würde sagen, erst blö, grün und dann. Okay. Grün. Dann zuerst grün weg. Dann muss blö, blau, grün. Ähm, so. Warum ich's nicht gleich so gemacht habe, äh, ich hab keine Ahnung. Aber okay, das ist schon ein bisschen krank. Wenn man nicht genau weiß, ich als erstes muss, das ist so richtig mies. Äh, warte, blö, oh, roch. Farblose. Farblose. Oh, nee, ich hatte zuerst blau oder grün. Äh. Farblose. Orange. Ah, fuck, ich hab vergessen, wenn ich dich rein... Ich hab vergessen, wenn ich dich zuerst genommen habe. Das ist so peinlich. Ja, ich hab zuerst können, wenn ich mich nicht... Oh, nee. Okay, grün. Grün, falsch. So. Blau. Oh, nein, ich bin beim 2. November 2011 untergerutscht. Oh, nee. Oh, nee, ich bin beim 2. November 2011 untergerutscht. Oh, das ist echt so ein... Oh, da muss man... Alles muss sich ausprobieren, weil... Da erkennt man nichts, man weiß, die ersten... 3 okay der 1 muss man es herausfinden aber dann Dings dann und dann weiß man die 2 3 und da muss man herausfinden was was und wenn es jetzt nicht stimmt dann habe ich keine ahnung Sagt mir nicht die unteren das kann alles sein ey nein das kann jetzt wirklich alles sein das farblose blau orange farblose b st Prozent ich überspringe es dann ist nicht gleich verfallen es ist extrem übel schwer auch euch nicht mal ablose wenn ich das jetzt mache ist das heißt die 1 2 1 also muss ich zuerst auch ich überspringe es okay es ist es ist zu viel Testerei ist das tut mir leid das ist jetzt die drei warte mal warte mal jetzt orange okay fahrt was seit jetzt es ist mal ab scheiße farblose lose oder zuerst blau nein farblose blau ich habe vergessen blau grün grün Prozent grün orange so orange jetzt wahrscheinlich blau und dann komm das ist doch so dann orange okay farblose so ich versuche nur noch zweimal farblose blau 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 grün grün orange 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 farblose das obere ist falsch das kann aber wirklich alles sein tut mir leid sch schick farblose schick das ist die 2 schick 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 roth und dann grün roth schick Kurschen Nennt zum Ziel sind ich verstehe es nicht tut mir leid das wird so viel rum Testerei ob ich jetzt schlecht und nicht egal ich habe sie gut versteckt wie du mich gebeten hast aber ich bitte dich überlegt es dir CHT ich erinnere dich an unseren Schwur ich habe nicht zu Ende erlassen getan für dass du mich aus dem Kind ist nein aber tut mir leid es wir von den Hattel bei seiner Verhaftung bei sich trug ein Teil des Textes wurde mittels einer chemischen Löhnen weil ich wieder erstellt okay dass er recht schön wenn man noch erkennt wie das geht das mit zu viele Möglichkeiten gewesen aber jetzt nicht gerade ich bin jetzt die Aufnahme dann sehen wir uns beim nächsten Mal weiter